Diablo 4 Und da die ganzen Infos brauchen Übrigens eine kleine Spoiler Warnung Es gibt ein paar Links auf die ich eingehen werde Durch den Data Mine Wenn ihr das nicht hören wollt Dann am besten wegschalten Und euch überraschen lassen Sobald die Saison wirklich startet Ich würde sagen starten wir mal rein Mit den Grundsachen Was für mich ganz wichtig war War zu wissen Wieso ich diese Saison überhaupt spielen soll Weil ich habe hier meinen Main Character Den seht ihr hier Den Lou auf Level 82 Und ich habe mich gefragt Wieso soll ich komplett neu anfangen Weil es wird so sein Ihr werdet hier eine andere Spalte haben Mit Saison Charactern Die komplett bei Null starten Und ich habe mich gefragt Wieso soll ich das Ganze nochmal neu machen Ist ganz schön Es wird ein neues Thema geben Es wird neue Items geben Es wird neue Cosmetics geben Es wird Balance Changes geben Ganz viel neuer Stuff Aber ich habe mich gefragt Wieso soll ich einen neuen Charakter anfangen Der nur drei Monate läuft Weil eine Saison läuft Nur drei Monate Und danach ist alles weg Und es ist tatsächlich so Dass eben nicht alles weg ist Es wird so sein Dass ihr sobald die Saison vorbei ist Euren Season Character Beziehungsweise den ganzen Loot Und Cosmetics Alles was ihr bis dahin gefarmt habt Auf das Base Game Rüber transferieren könnt Und das ist eine ganz wichtige Information Für mich und bestimmt auch für euch Weil für mich wie gesagt War bisher immer die Frage Wieso ich überhaupt diese Saison spielen soll Und das ist ein ziemlich geiler Grund Also wenn ich dann von neu starte Dann vielleicht auch mit einem Komplett neuen Charakter Aktuell habe ich noch nicht gespielt Den Totenbeschwörer Das wäre so meine Idee für die Season Da hätte ich Bock drauf Den drei Monate durchziehen Und dann alles rüberziehen Auf das Base Game Finde ich ganz geil Außerdem wird es einen Battle Pass geben Den können wir durchspielen Da gibt es dann natürlich auch Geile Belohnungen Neue Aspekte Neue Codexe Der Macht Codexe Ist das die Mehrzahl von Codex Neue Dungeons natürlich Um die Codex Codex der Macht zu bekommen Und ja Da bin ich gespannt Wie viele Level Wir bei diesem Battle Pass haben werden Wie die Missionen aussehen werden Bestimmt Töte so und so viele Gegner Mache vielleicht die und die Anzahl an Nebenquests Wird ja auch neue Quests geben Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt Und das waren eigentlich auch schon alle bestätigten Sachen Deswegen kommen wir jetzt zum Data Mine Beziehungsweise zu den Leaks Es wird Wahrscheinlich Ein neues Level Cap geben Das heißt mehr Level Mehr Paragon Level Es wird eine neue Welt Stufe geben Welt Stufe 5 steht im Raum Neue Juwelen Das heißt Juwelen Nochmal ein Level höher Das finde ich auch ganz gut Weil die Juwelen die wir jetzt haben Die sind echt ein bisschen schwach auf der Brust Da fehlen mir noch einige Level Muss ich sagen Also ein Level mehr Das wird mir sogar nicht reichen Also da sollen die mal 5 Level mehr bringen Das war mit Diablo 3 schon ziemlich geil Die Level von den Juwelen Die haben sich Also die hat man richtig gespürt Jetzt ist es eher ein bisschen mau Und eventuell auch einen neuen Weltenboss Also die neue Season hat viel für uns parat Ich bin extrem gespannt Mich würde extrem interessieren Wie ihr zu der Season steht Ich war am Anfang wirklich skeptisch Bin aber seitdem ich mich da ein bisschen schlau gelesen habe Und ein bisschen schlau gemacht habe Eigentlich relativ beruhigt Und habe richtig Bock drauf So mit dem Totenbeschwörer in die Season rein starten 3 Monate durchsucht Und dann alles schön ins Base Game reinholen Da habe ich extrem Bock drauf Schönen Battle Pass durchziehen Da bin ich sehr gespannt Ich hoffe Dass es kein Quality of Life Verbesserungen gibt Die hinter einer Payroll sind Weil das steht auch so ein bisschen am Raum Dass es eventuell Tiere gibt Die für euch das Gold aufsammeln Und Items aufsammeln Die aber Geld kosten Wenn es jetzt einmalig ein paar Euro sind Dann wäre ich da fein mit Wenn das so ein Abo Ding wird Dann wäre ich da schon wieder nicht so fein mit Jetzt gerade kam auch wieder ein neuer Shop online Wo ich das Video aufnehme Auch nicht so geil mit dem ganzen Shop Ihr kennt da meine Meinung Da lasst uns mal überraschen Ich hoffe, dass sie es nicht machen Aber auch wenn sie es machen Man muss es ja nicht benutzen Man kann ja auch ohne damit spielen Wie gesagt Mich würde eure Meinung zu den Seasonen interessieren Gerne ein Follow da lassen Wer nichts verpassen wollt Gerne ein Like auf dem Video da lassen Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Leute Haut rein